hi leute und willkommen zurück beim bus simulator ja also irgendwo ist hier das sammeln objekt ich muss es nur finden leute das kann sich also nur noch um tage und wochen handeln was ist denn los mit ihr penguin ist heute keine sonne draußen du kommst heute nicht in den garten nein das heute keine sonne siehst du pinguin ist keine sonne draußen nein wir gehen morgen in den garten mitten im wald und immer noch kein sammeln objekt moment oder wir hätten zuvor irgendwo abbiegen müssen ich gucke mal kurz auf die karte ja ich habe irgendwie das gefühl dass wir hier oben suchen müssen und nicht hier unten ja okay dann gehen wir also noch mal zurück ich meine ich habe die anderen sammeln objekte ja auch ohne probleme gefunden ich wusste ungefähr wo die liegen so weil man das ja auch bei den trophäen sieht das sammeln objekt ist ja jetzt hier und da aber im wald bin ich jetzt irgendwie total planlos unterwegs leute aber sowas von ich muss nur irgendwie zurück zu meinem bus finden was ist denn jetzt wenn wir einen wolf begegnen werden wir dann aufgegessen obwohl es gibt ja zum glück keine wölfe hier was heißt zum glück ich werde ganz gerne ein paar mehr tiere hier sehen wir haben jetzt nur kühe hier ein paar ziegen ein paar maß das war es dann aber auch gewesen sonst haben wir hier nichts oft da vorne wartet mein bus ja dann fahren wir nochmal zurück genau weil ich glaube wir sind viel zu weit gefahren das ist oben im norden nicht im westen doch wunderbar gewendet oder 1 zu 8 ich muss jetzt hier noch mal ein bisschen nachgucken wo man denn als fußgänger hochgehen könnte also wo so kleine wanderwege sind es könnte auch sein dass das sammeln objekt einfach oben links irgendwo in kein baum auf uns wartet dass da gar kein wanderweg dann ist ja das könnte auch sein weil die anderen sammeln objekte die waren ja auch nicht die lagen ja auch nicht mitten auf dem weg nein 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 ich werde mal kurz hier lang fahren einmal eine runde drehen sollen wir eine runde drehen oder ist das ende im gelände wir können da vorne drehen wir können da runde drehen ach da vorne ist das sammeln objekt wow ich habe es gefunden ich meine wir halten kurz also wir sind jetzt hier ja zwischen auch will und sieht weil sie walden ihr habt ihr gesehen wo ich dann vorne abgebogen bin also reingefahren bin das habt ihr ganz genau gesehen wie man da hinkommt gut dann hätten wir das vierte sammeln objekt jetzt eingesammelt wunderbar und Trophäe den collectible 1 so dann fehlt uns nur noch das sammeln objekt an der küste genau also am pier genau es ist unten am pier ist so ein kleiner pier wo sehr viele leute unterwegs sind und da ist dann das sammeln objekt wir müssen nur noch hier halt finden hä was ich will hier weiter fahren leute kein weg für uns ok dann setzen wir zurück naja ich muss jetzt aber hier rückwärts fahren weil ich sonst den ganzen weg außen rum fahren muss ui nein ich will rückwärts ganz langsam ganz langsam und behutsam wenn ich jetzt noch mehr drehe dann hänge ich wieder im graben Moment ich setze den bus nochmal zurück nein ich will noch zurück gut dann probiere ich jetzt hier einfach mal ganz professionell zu wenden aber das wird nichts unser bus ist einfach zu lang um hier zu wenden ne das wird nichts dann müssen wir einmal außen rum fahren leider leider weil wir hier keine wende gelegenheit haben obwohl doch da vorne könnten wir wenden ja das sieht gut aus beim wanderweg können wir wenden hahaha wir können wenden und so ein kleiner Pfosten hält uns davon ab zu wenden nein dann wird das so jetzt aber auch geht auch aus dem weg ne und tada So, dann fehlt uns jetzt nur noch ein Sammelobjekt. Dann haben wir die ganzen Trophäen auch eingesammelt. Das verheiratete Paar hatten wir letztens gefunden. Genau, und danach könnten wir normalerweise dann mit den normalen Aufgaben weitermachen, obwohl die bei mir ja irgendwie verbuggt sind. Moment mal. Ich muss mal kurz hier nachgucken. Da vorne ist kein Pier, oder? Nee, da sind nur ein paar kleine Felsen. Aber Moment, ich habe da eine Idee, oder? Es war auf jeden Fall hier am Fluss, da war ein kleiner Pier. Aber hier, wie man sehen kann, sind überall Mauern. Da können die Fußgänger gar nicht nach unten gehen. Nein. Deswegen biegen wir jetzt hier einmal links ab. Da ist auch kein Weg nach unten. Nein. Moment, da? Nein. Hier ist auch keine Treppe oder Sonstiges. Nein, nein, nein. Wenn ich irgendwo nach unten komme, dann war es wohl doch auf der anderen Seite. Aber ich weiß, es war ein Pier, oder war es doch im Astrapark. Aber nein, im Astrapark war ja gar kein Weg nach unten zum Fluss. Ich meine, es gibt ja hier nur einen großen Fluss, oder? Moment, ist da vorne was für uns? Ah, nein. Da ist nur eine Mauer. Oh mein Gott. Ich gucke mal kurz auf die Karte. Wir sind jetzt einmal hier lang gefahren. Hier sind überall Mauern. Da vorne könnte noch was sein. Hier, in dem Gebiet, dass man da runter kann. Und dass da dann ein kleiner Pier ist. Genau. Hier ist also nichts. Aber die Trophäe war für Siegwalden Lido. Und nicht für Old Town oder Sonstiges Gebiet. Wir haben ja nur einen Fluss hier. Ja, wir haben nur einen. Ich meine, es war aber im Astrapark. Puh. Ich gucke mal kurz nach. Moment, fahrt ihr wohl? Moment. Da vorne sind überall Mauern. Ich drehe mich mal kurz um. Nein, nein, nein. Ich wollte doch nach hinten gucken. Können wir überhaupt so weit nach hinten sehen? Hinter die nächste Brücke? Nein. Siegwalden Lido. Hm. Vorne, Moment mal. Da ist nur die Autobahn. Hier ist sowieso kein Weg für uns. Nein, das ist nicht die Quallen Lido. Wir müssen irgendwo jetzt hier lang fahren. Auf jeden Fall. Fußgänger. Tut mir leid. Wo muss ja dieser verdammte Pier sein, ne? Wenn wir jetzt hier so links runter gucken, klar, da haben wir ein bisschen Sand, ein paar Felsen, aber es ist kein Pier da in der Nähe. Ich meine, allzu groß ist die Karte ja nicht, ne? Und ich würde ganz gerne das Sammelobjekt selbst finden. Und ich könnte jetzt halt auch hingehen und die ganze Zeit im Internet nachgucken und mir dann einfach das Sammelobjekt raussuchen und dann einfach da hinfahren. Aber das wäre ja dann auch ein bisschen zu einfach, oder? Ja, das wäre zu einfach. Da ist kein Pier. Ja. Ich bin irgendwie auf dem Holzweg, ja. Ich bin sowas von auf dem Holzweg, Leute. Wie ist das denn jetzt das Sammelobjekt? Nur noch das eine. Und dann haben wir das auch erledigt. Ich gucke jetzt erst mal vorne links bei der Brücke, weil da ja noch so ein kleines Gebiet war, das auf der Karte angezeigt wurde. Ansonsten fahren wir nochmal zurück. Ansonsten.